Hallo liebe Leute und es geht weiter mit Dracula. Tödliche Liebe. Wir haben zuletzt den Raum der Ritter freigeschaltet sozusagen und da gehen wir jetzt mal hin. He would have liked that I adhered to the Order and his battle against the forces of darkness. Ironic, is it not? These are the knights? Just their armor. Their greys are not here. Take the dagger! It's here! This will not be so simple, Igor. The armor of the knights protected. According to the book, we must obtain approval from each member of the Order to use the powers of the sacred dagger. Eine Genehmigung? Okay. Wir sollten diesen Ritter zuerst untersuchen, bevor wir uns dem nächsten widmen. Der Dolch ist der kostbarste Schatz des Drachenordens. Seine Macht wird uns bei der Zerstörung der Königin helfen. Was hat er eigentlich gegen die Königin? Weil sie ihn da reingebracht hat und so? Vielleicht war es ja auch Notwehr. Die Rüstung meines Vaters ist das letzte Mitglied des Drachenordens. Ist hier eigentlich noch so das fehlende... Jetzt. Hier ist das fehlende Stück. Ich wollte gerade sagen, was sollen wir denn sonst tun? Dann kann ich das hier einfach mal... Ah! Hier kann ich das... ...ransetzen... ...und bekomme vampirische Sicht. Wir sehen Sie das, Igor? Wenn wir die Reconstruktionen der Shields, die Knights will grant uns die Dagger. Wir haben uns die Dagger. Und es wird lang und gefährlich. Die Tombs der Night könnte sein überall überall. Wie wissen wir, woher zu schauen? Was? Tja! Hmhm! Auch deswegen will er da hin! Gut. Ja, das war irgendwie leicht überschnitten, die Sprache. Kann ich die Dings... Es scheint, dass ich überrascht habe, dein Geist zu leben, Herr Dracula. Von Helsing! Ich werde dich wieder töten, einmal und für alle. Aber bevor ich das, erzähle mir, was du mit Mina Harker getan hast? Mina? Sie wurde gebrochen? Eine unglaubliche Worte, nicht wahr? Mina ist weg, und ich finde dich hier in London. Help me find her. Wer du denkst, mich zu glauben, took her? Die Queen of Vampires. Sie wollen mich mit Rumina, um mich zu verabschieden, um sie zu verabschieden, um sie zu verabschieden. Wenn ich dich zu helfen, zu helfen, werde ich dich wieder töten. Was soll ich in der Tomb der Obelich sein? Warum ist der Untertitel eigentlich manchmal da und manchmal nicht? I have a spare key for the apartments of Harker at my office. I authorize you to go there. Okay, okay. Geht klar. Oh. Oh. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist gerade wieder reingegangen. Okay. Okay. Was hast du da gesagt? Ich werde dich töten. Nein, Igor hat er nicht beleidigt. Ja, okay. Wir sollen das Licht irgendwie ausmachen. Tada. Der Geist scheint besänftigt, aber kann noch nicht heraus. Das Grab ist durch die Wurzeln der Eiche verschlossen. Ja, schwierig. Aber cool mit der Animation hier unten eigentlich. Ah. Eichhörnchen. Meister, das Eichhörnchen hat etwas zwischen seinen dreckigen kleinen Pfoten. Ah. Komm her, du Eichhörnchen. Ja, müssen wir noch mal gucken, ob wir das dann... Fiole mit Blut. Gut, gut. Immer her mit dem Blut. Ja. Schuppen. Verschlossen und der Schlüssel nirgendwo zu entdecken. Wer kann es gewesen sein? Da ist eine Eichhörnchen. So, wo ist das Eichhörnchen? Guck. Ich brauche drei Stück. Unsichtbare Zeichen. Ich fühle, dass hier etwas verborgen ist. Was können wir noch gucken? Ah. Ein Wimmelbild. Ja, ist ja gerade eben. Ist ja richtig spannend hier mit der Story und so. Es entwickelt sich ja langsam. Brille, Kieferknochen, Machete. Ah, schön. Ich darf einen Kieferknochen suchen. Wollte ich schon immer mal. Brille. Ich sehe eine Schere. Ach, Schere soll ich sogar finden. Tierschädelspritze. Schönes Wimmelbild. Schön. Schaurig schön. Kieferknochen. Da ist die Brille. Feder. Pelz. Da hinten. Nö, das war der Tierschädel. Pelz. Pelz, Pelz, Pelz. Und eine Katze. Ach, die ist ja süß. Ein Käfig. Ein Käfig, ein Käfig. Flasche dreimal. Drache. Pelz. Drache. Eidechse, Pilz, Schriftrolle. Down, down, down. Eidechse, die sitzen doch immer irgendwo. Ist da so eine Ecke? Nee. Da ist sie. Pilz. Ich komme ja auch immer nicht drum rum. Kieferknochen und Pelz. Nicht Pilz, jetzt der Pelz. Ich weiß nicht, wo hier ein Pelz rumliegen soll. Ein Kieferknochen ist auch echt eklig. Der ist es aber nicht. Das ist auch kein... Da ist ein Kieferknochen. Pelz. Mein Kieferknochen ist ja auch nicht, ne? Wie ein Oberschenkelknochen. Man kann es ja trotzdem mal versuchen. Wo ist denn der Pelz? So ein Seil. Hm. Vielleicht ist es ja auch nur so ein Stück. Und nicht so ein ganzer Mantel. Da ist eine Rose, glaube ich, ne? Wo ist denn der Pelz? Pelz. Hier einfach so... Nee. Irgendwie auch nicht. Hä. Hä. Das da. Sieht eher aus wie Steine. Nee, ich... Weiß nicht, wie jetzt der Pelz auch gerade... Weiß nicht. Da liegt ein Pelz. Hör mal auf zu glitzern. Wer erkennt denn hier bitte einen Pelz? Das sieht aus wie Stroh. Ich weiß nicht. Also ich sehe da keinen Pelz. Aber okay. Ja. Du hast eine Machete. Sehr gut. Und mit der Machete machen wir das Gestrüpp weg. Und... Wow. Der Geist dieses Grabes ist gelassen. Wenn wir ein Gefäß hätten, könnten wir ihn gefangen nehmen. Ein Gefäß? Ich habe jetzt kein Gefäß. Ich gucke mir das Grab an. Danach suchst du also Graf Dracula. Den Grab der Gebrüder Obelik. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu betreten. Ja, genau. Danach habe ich gesucht. Ich weiß ja auch nicht. Wir haben jetzt... Können wir denn aus den anderen Laternen auch noch Kerzen holen? Nee. Irgendwie nicht. Eichelreste. Von einem Eichhörnchen übrig gelassen. Igor liebt Eichhörnchen. Aber zuerst zu dem Geist im Grab. Ja, aber das eine könnte doch zum anderen führen. Igor. Igor. Vielleicht brauche ich auch einfach mal... Die Eichhörnchen kann ich auch nehmen. Ja, das ist natürlich... Nee. Warum liebt der denn Eichhörnchen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Igor Eichhörnchen so toll findet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht sollten wir doch noch mal hier zurück. Genau. Weil da sollten wir auch noch hin. Warum hilft er ihm jetzt eigentlich? Gut, wir suchen Schlüssel. Dolch. Oh, wir dürfen wieder Blut trinken. Das macht ein bisschen Spaß hier, ne? Blut trinken. Ein Wimmelbild. Mach ich gerne. Da, ne? Muschel. Tasche. Buchstabe Z. Buchstabe Z. Tasche. Tasche, Tasche. Hier, die hängt doch. Federring, Knopf. Knopf. Ähm. Ring. Feder weiß ich jetzt nicht. Blattschere, Bleistift. Bleistift. Schere. Mit Blatt so ein Blatt? Ja. Bleistift. Bleistift. Saphir, Hühnerbein, Löwe. Hühnerbein. Das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Saphir. Was habe ich noch gesagt? Löwe. Da, Löwe, Löwe, Löwe. Kein Löwe. Löwe. Feder, Feder. Feder ist das letzte. Tada. Ich habe einen Siegelring bekommen. Sehr schön. Einen von vieren allerdings erst. Und was haben wir hier noch? Ah, kann ich die Ringe einsetzen? Drei Ringe fehlen aber noch. Kann ich hier was vom Tisch nehmen? Nein. Was haben wir denn hier? Unsichtbare Zeichen. Ich kann dort etwas spüren. Schrank. Noch ein Ring. Den packen wir da auch gleich rein. Fehlen nur noch zwei. Das war der dritte. Das waren wir hier mit dem Tuch. Damit der Spiegel uns nichts anhaben kann. Ja. Und was soll ich jetzt hier machen mit dem Spüren? Kann ich hier denn was tun? Nein. So. Ein Ring fehlt nur noch. Was mache ich denn jetzt hier mit dem Spüren? Hm? Ja. Dann kriege ich den Ring nicht. Noch nicht. Gehen wir wieder? Wir gehen wieder. Ja. Da kann ich auch nichts machen. Was brauche ich denn mal? Wir gehen ein Gefäß. Ach ja, ein Gefäß. Ach und da kann ich ja... Ach so. Ich kann von hier zu Van Helsings Büro. Da muss ich ja gar nicht die Karte benutzen. Das geht natürlich auch. Und das ist die letzte Eiche. Kann ich mit dem Dolch das irgendwie hier... Nee. Ja, was mache ich denn dann? Da ist was verborgen. Kann ich da mit dem Dolch? Hm. Den Kerzen auch nicht. Schuppen. Mit dem Dolch hier. Schlüssel fehlt. Hm. Nee, funktioniert alles noch nicht so richtig. Was ist da? Äh. Hm. Okay, nee, das... Das gibt ja da auch nichts mehr zu erledigen. Oder habe ich hier irgendwas nicht eingesammelt? Kann natürlich auch sein. Dass ich hiermit irgendwas machen kann? Nee. Nee, dann gehe ich jetzt nochmal ins Büro. Ah. Die Schublade creme. Vielleicht finden wir etwas zum Öffnen. Hier. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Schuppenschlüssel. Gut, aber den letzten Ring finde ich nicht hier. Oder wie? Hm. Ich habe ja die anderen auch alle hier gefunden. Okay. Dann nicht. Dann machen wir das auch. Und bekommen eine leere Wunderlampe. Ach, da ist ja der Ring. Sehr gut. Zurück. Ring. Rätsel lösen. Ringrätsel. Da ist es auch schon. Was muss ich tun? Ja, was muss ich tun? Ich brauche Hilfe. Wie geht das? Setze die Ringe so ein, dass kein Ring zweimal in einer Reihe oder Spalte vorkommt. Ach so. Ja. Machen wir mal so. Ach, das stimmt schon mal. Das ist ja nice. Ähm. Ja. Ja. Bei den Drachen bin ich jetzt gerade. Ach so, weil da kein Drache ist. Hm. So, dann, was ist mit diesem Roten hier? Der müsste dann nochmal rüber. ist auch schon mal gut. Der ist da, da, der ist da, der geht da durch, ist auch gut. Der könnte vielleicht, ne, das kann der nicht. Hier und da und da stimmt das nicht. Was mache ich denn da mal? Ja. Aber das stimmt immer noch nicht. Warum? Ach, weil der hier doppelt ist. Hm. Da vielleicht hin. Dann kommt der zumindest da doch nicht mehr vor. Aber der hier kommt da drinnen doppelt vor. Warte, und wenn ich das einfach so ganz... Na, dann müsste ich alles wieder gerade kaputt machen. Weil so, so denken, mit so einer Linie bauen, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Dann mache ich den da wieder hin. Deswegen hatte ich das gemacht. Äh. Ja, wie kriege ich den da? Oder den hier vielleicht? Könnt ihr auch den tauschen? Mit welchen tausche ich den denn mal? Nee, dann kommt das auch da doppelt vor. Das ist auch blöd. Dann stimmt der wenigstens schon mal. Jetzt sind es nur noch die zwei rein. Und dann hätte ich es auch schon. Dann machen wir mal so. Dann habe ich das zwar wieder kaputt gemacht, aber es kann sich ja vielleicht ändern, indem ich den da hin packe. Geht das? Hm. Okay, jetzt ist der... Die Fledermaus ist hier irgendwie doppelt. Jetzt stimmen die, aber die stimmen nicht. So, hier habe ich zwei Drachen zu viel. Und was habe ich hier zu viel, die... Ach man! Irgendwas ist immer doppelt. Ah, jetzt habe ich es. Es waren nur die beiden. Super! Gut. Und dann bekomme ich den Schlüssel für... Dark's Apartment. Du hast den Schlüssel zu... Ne, Harkas. Ich habe das H als ein Dür gelesen. Zu Harkas Apartment, natürlich. Jonathan Harker. Möchtest du dir Minas Zimmer jetzt ansehen? Oh ja, das möchten wir. Okay, wir sind in Minas Zimmer. Bevor wir uns hier weiter umschauen, würde ich sagen, mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns ihr interessantes Zimmer dann mal beim nächsten Mal an. Ich mag die Geschichte übrigens sehr gerne zwischen Dracula, Mina und... Ach, ich mag die Geschichte von Dracula sowieso gerne, sonst hätte ich das Spiel, glaube ich, gar nicht spielen wollen. Ach ja, ein bisschen was trinken, das kann man ja nochmal. Ja, das ist gut. Vampirische Sicht. Ich glaube, wir können mehrere Fähigkeiten erwerben oder so, je mehr wir an Blut finden. Aber ich habe bestimmt schon ein bisschen was übersehen, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das ja noch nicht sehr weit hoch. Aber vampirische Sicht haben wir anscheinend schon mal. Dementsprechend sehen wir dann das nächste Mal weiter. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.